Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Im zweiten Halbjahr kam die UV üben Und Frau Horvath hat sich sehr bemüht Um uns auch Neues an Musik zu zeigen Die History of Music und am Beat zu bleiben Wir haben gelernt, dass hier auch jeder anders tickt Und dass Musik ein breiter Teil unseres Lebens ist Was braucht es alles, um ne Band zu sein? Und im Gegensatz Wie kann ich eigentlich Texte schreiben? Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Was braucht es alles, um Musik zu produzieren? Und wie kann das Ganze dann aus der Dose funktionieren? Wieso braucht man für das ganze Stück Musik ein Instrument? Und wieso klingt dieser Sound aus der Dose trotzdem echt? Wie fängt man an, wenn man eigentlich keinen Plan hat? Wieso greift alles ineinander wie ein Zahnrad? Jede Idee bringt dich auf neue Gedanken Und wenn's mal hakt, geht mal in die Natur Energie auftanken Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Musik erleben lassen, das war der Plan Das Gefühl in Worte fassen, ohne Scham Texte hören und diese reflektieren Mit Übersetzungen schockieren So wurde es Schulen und Musik Und das ist nur ein Part von allem, was es gibt Als ne Idee wurde ein fertiges Produkt So haben sich alle das erlernt im Kopf Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band Kurzes Meeting, guter Beat Teamwork macht zum Lied Jeder von uns gibt 100% Und im Endeffekt sind wir alle die Band